Willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder Star Wars Battlefront wieder mit Antonio, weil die letzten Videos sind einfach extrem gut bei euch angekommen. Heute mal der zweite Teil von Star Wars Battlefront. Das war meine Begrüßung von Antonio. Ich war Chewbacca, hallo, das war er, nicht ich. Alles klar, Digga. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Hier, zack, versus, spielen wir, oder? Ja, komm. Okay, ich würde sagen, grüß dich in Dolchlang, mal. Okay, natürlich, ich nehme mal wie das schwere Geschütz. Was noch sonst? Ich auch. Na, dann wollen wir mal schauen, wer schwerer ist. Oh, ich bin hier der Böhm. Oh, nein, du bist schwerer, ich bin auf. Oh, fuck. Ich bin gleich down, Alter. Warum ist er kein Jetzt? Hab ich dich? Nein, das bist nicht du. Junge, hallo. Okay, ich kann gar nicht schnell rennen, weil meine Waffe halt noch nicht wegstecken wird. Was? Okay, jetzt, jetzt, jetzt gibt's B-Tier. Fuck, Junge, Alter. Yes, Mann, Alter, ich rassiere komplett. Okay, hier ist keiner. Ich dachte, hier wär jemand rum. Ob hier keiner drinnen ist. Hä? Ist hinter mir jemand? Nein, hinter mir war jemand. Danke, Tiki. Dann zogen wir kommen mal näher zu mir. Achso, jo, klar. Ja. Aber ich hab so... Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so... Sehr eng. Hier will man den Kopf halten. Okay. Ja, moin. Ich bin einfach down. Echt? Ich hab dich noch kein einziges Mal gesehen irgendwie. Ich, glaub ich. Ich, ich dich auch nicht. Ach, da drüben bist du vielleicht, oder? Digga, ich nehm Ray. Ja, was, du hast Ray? Nein. Ernsthaft? Doch. Ernsthaft jetzt? Ja, Mann. Ich zerfetze dich jetzt. Was zur Hölle? Er hat einfach mein Schild weggemacht. Welche Wechsel? Ich dachte schon fast, das wär's gut. Weil... Ich bin ja zu steu. Oh ja, ich hab jetzt auch... Komm mal, wenn ich jetzt habe... Jetzt wird's spannend, Fruder. Obwohl, nein, du bist mit, ähm... Jo, aber... Junge... Das wird so ein krass Duell. Komm her, Junge. Warte, ich komm hier nicht, äh... Bin ich irgendwie dumm? Alle, die jetzt zugescholtern, sind jetzt einfach nur... Denken sich, was änderst der Typ. Ich seh dich! Ich seh dich! Jetzt endlich! Achso, du bist einer von meinen Typen, hä? Wo sind die? Da ist ein Gegner! Und hinter mir auch. Läuft! Geil! Junge, ich wurde von... Ich wurde penetriert, Alter. Ich... Ja, Mann, du wurdest richtig gef***t. Ja, aber die kamen von da und dann kamst du viel ekelhafter von hinten einfach nur, ja? Ja! Das ist... ...und acht war das. Ja, so bin ich halt. Oha! Gut, das hast du jetzt gesagt, ne? Bist dir bewusst. Schießt du hinter mir auf mich? Lol, ihr seid von allen Seiten penetriert! Penüppelt! Penüppelt! Alter! Hä? Hä? Ich hab dich einmal getroffen und dann kamst du von hinten, Alter. So richtig... Wie bei unserer ersten Begegnung. Naja, Spaß! Alles klar, Digga! Was zur... Hat der mich hat One-Shot gemacht? Langsam werde ich aggressiv. Noch einen Trupp. Ja, Mann! Let's go, Alter! Deine Clown Trooper haben mich One-Shot gemacht, dieser eine Typ. Ich geh hoch, er macht mich One-Shot. Ich hab keinen Schaden davor genommen. Ja, Mann. Ich fühl mich einfach nur verarscht. Alex Gaming PS Siebt. Wir machen auf einer anderen Map. Die mag ich nicht. Nein! Okay. Da seh ich nicht ein. Ja, ist ja okay. Das wird rausgeschnitten, ja? Okay. Nein, jetzt nicht. Hey, schau mal. Also, ich weiß auch nicht, aber bei dem... Bei dem Ladebildschirm hier, da hängt sich das Spiel immer auf irgendwie. Keine Ahnung warum. Also, ich weiß nicht. Das ist komplett buggy. Ja, ist halt echt so. Jetzt weiß ich auch, warum das Game gratis war. Okay, machen wir einmal Vater und Sohn und dann Superartisten. Ja. Ich bin der Vater, du bist der Sohn. Hallo? Vielleicht auch anders. Mal schauen. Bist du auch mein Vater? Dann weiß ich nicht. Vielleicht sind wir beide unsere Väter. Digga, brainfuck. Stell dir vor... Nein, ich... Sag... Sag lieber nichts. Das ist besser, glaube ich. Oh. Ja, Mann. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Daddy. Who's your Daddy? Ich seh dich. Komm her, Junge. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Wow. Wo bist du? Lol, da bist du. Alter, ich bin extra hochgesprungen, dass du den schönen Stunt hast. Du hast mich halt einfach... Niemand schlägt seinen eigenen Vater, ja? Niemand. Mich triggert es so, dass du immer den Darsteller hier dazwischen reden musst. Achso. Fick. Ernsthaft? Wie? Mann. Mit L2 kann man blocken. Ja, mach ich auch öfters mal, aber... Dann greifst du grad im Moment nicht an. Dann will ich angreifen, dann greifst du an. Halt immer so, ne? Fuck. Ich hab dich. Endlich mal. Siehst du? Ein Vater darf seinen Lohn schlagen. Aber nicht der... Alles klar. Was? Du hast mich in der Luft erwischt. Ey, jetzt. Blocken, blocken. Digga, was geht jetzt mit dir ab? Ja, ich hab... Ich weiß jetzt, wie ich die Kombos einsetzen muss, richtig. Ja, wow. Ich weiß nicht mehr, was ich als Kombo habe. Was? Du konntest mich in der... Wie konntest du mich in der Luft erwischen? Uh, blocken, 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 blocken. Ja, man. Muss ich gedrückt halten, oder muss ich... Dauer drauf drücken, so. Beim blocken. Dauer drauf drücken. Dauer drauf drücken. Ach so. Gedrückt halten halt. Gut, ich hatte aber grad gedrückt gehalten. Warum hast du mich... Ich, ich durfte die Wand grad küssen. Nein! Was? Maschine, Junge. Schau, wie viel Leben ich noch hab. Ich bin ein Jedis. Wie mein Vater. Nein! Ich bin kein Jedis. Was soll das? Verbrechen keine Lügen über mich. Ich... Ich... Sag mal, es hackt alle. Ja komm, ruhig. Ja komm. 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 Äh... Okay. Let's go. Wo ist dein Kommandeur? Du bist allein. Nein! Ja Mann! Mit R1 oder mit L1 blocken? R1, oder? Äh... L2. L2, das ist da oben, oder? Links unten. Links unten. Dann... Dann verwechsel ich die ganze Zeit die Attacken immer. Schlau. Ich bin schlau. Nein! Das war... Darab war ich nicht... Was? Das ist meine... Junge, du hast halt viel bessere Attacken. Ja, die... Die Attack ist stark. Ich weiß nicht. Ne, aber deine sind auch stark. Du kämpfst gut, man. Du kämpfst gut. Du hast mir auch den Arsch geträngt. Siehst du ja. Oh fuck, wo läufst du jetzt lang? Oh, jetzt will er den Outplay-Move machen. Bist du irgendwo anders rausgekommen, wo ich dachte? Ich dachte, kommst du anders raus. Wo bist du rausgekommen? Hä? Komm mit mir, Vater. Weg mit mir. Nein, komm nicht mit mir. Oh fuck, ich wollte grad... Wir können mir nichts sagen. Hä, warum... Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab keine Ahnung, was meine... Ja, man, let's go! Ich hab dich sofort hinten weggef... Warte... Ich weiß... Ich weiß nicht, was L1 und R1 ist. Ich bin schlau. Ich weiß nicht, was sie ist schlimm. Ich hab dich sofort hin. Ja, erstenlandslands. Ich hab dich sofort weit gehไ слad. Ich hab dich allegiance, was ich gehört. Bis zum nächsten Mal.